hey hoi zusammen und herzlich willkommen zurück zu perfect world zusammen mit das kann meine gruppenanfrage noch nicht angenommen das problem ist nur dass er jetzt irgendwie ganz anderen end der welt ist da oben in erter klinge und wir machen hier unten unsere müssen wir doch irgendwas machen ich muss zum ältesten muss ich auch warte 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 ich will ich will fliegen warum kann ich nicht fliegen weil ich keine flügel ab jetzt habe ich du sagst ich muss noch eine sekunde was muss ja ich habe einen dankeschön ja proteine tierische keine spitzhacke oder hier so zum rohzeugs abbauen oder keine ahnung ich glaube nicht wir haben wir haben wir noch nicht verdammt heptesteil gibt dass da da äh käfer und ich brauche aber auch nur noch warte 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 ich bin bei 95,6 prozent stirbkäfer 96,2 du willst mich verarschen haha ich will den nächsten level haben wer bist du was bist du du bist ein exception du bist ein exception anderer spieler eka wo bist du ich krieg deine käfer nicht ich bin hier auf der wiese warum kriegst du meine käfer nicht weil ich die nicht sehen warum kriegst du meine käfer in erster linie doch was voll philosophisch man ja ich will deine käfer haben aber man gibt mir deine käfer meine käfer nein ich will die auch stirbkäfer ich bin mit den käfern schon fähig ich habe noch nicht ich habe erst drei stücke und brauche zehn tja was sagt man dazu blöd gelaufen ja wääh Münzen gib mir das bling bling oh du glaubst gar nicht wie schön es war heute wieder sieb spielen zu können schlösser zu knacken und sachen zu stehlen das war so schön das war so eine genungtuung das glaube ich dir ich habe es noch vermisst ist nicht so mein spiel meins aber absolut das problem ist nur dass ich nicht mehr wirklich drin bin in dem spiel also irgendwie habe ich dann heute sowas gefällt bei allem nicht mehr schön das ist mir schön lustig ich weiß noch gar nicht ob ich den Part überhaupt hochladen soll das ist sowas von schief gelaufen einfach alles mach doch einfach so ein Part nur aus Outtakes bestehend Eka, wie weit bist du? ich bin fertig warte auf mich ich hab noch mal zu lachen Schnauze wohin soll man gehen? zu wem musst du denn alles gehen und wohin? ich muss erst noch einen Käfer töten und dann muss ich zum Vorboten des Glücks zum ältesten und das dritte weiß ich noch nicht warte kurz hättest du da Käfer? links da wulabla hat jemand einen Timer? achso ja hab ich warte kurz dann ziehen wir einfach so 2 Minuten oder sowas davon ab ich würde eigentlich sagen wir ziehen eher 5 Minuten ab weil wir telefonieren schon seit 6 Minuten ah ok ja gut dann 5 Minuten das Bambusdorf und Rovalia sind voneinander abhängig sie beschützen beide den See von Rovalia die Situation ist angespannt bitte informiert den Häuptling des Bambusdorfs über die Situation hier vor Ort ihr könnt über den See von Rovalia fliegen um dorthin zu gelangen in Ordnung also muss ich auch zum Häuptling des Bambusdorfes ok gehen wir zuerst zum ältesten ok fliegen ich hab das Gefühl wenn ich laufe bin ich schneller als wenn ich fliege ja das kann doch auch sein ich glaube man hat doch ein bisschen noch Geschwindigkeitsentzug oder? ich weiß es nicht ich weiß nur dass es momentan noch Mana verbraucht wenn wir fliegen ach tut es das? ja bei mir verbraucht sich gar nichts bei mir verbraucht sich Mana wenn ich fliege ach du bist Kleriker ne? ja ja dann ist das bei dir anders bei den Klerikern ist das nicht so aber bei den Bogenschützen die verlieren Mana wenn sie fliegen das verstehe ich ich hab ja auch diese Einzelquest nicht Einzelquest? ich hab noch von der Wache so ich muss ja so Wacherling ja ne doch ich hab Wacherling noch Wacherling hab ich auch zu dem können wir dann gleich zu dem oder der keine Ahnung was es auch immer es ist was zur Hölle bist du? ah du bist vor mir ich seh deinen Punkt hm ich seh auch deinen hinter mir ich merke wir sind sehr gesprächig heute warte 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 ich würde mir mal eine Elfe holen wo denn? wir müssen zum Erdwächter wir gehen da gleich hin ach hier ist direkt der Vorbote des Glücks da können wir auch direkt hin oh Gott hier sind so viele Quests ich hab grad mal vier Quests ich auch ja aber wir können hier noch so viele annehmen das meine ich das finde ich geil wie älteste ne? sieht aus wie weiß ich nicht 25 oder so voll geil ach so jetzt wollte ich ja ne ich lese nicht alles vor ähm gut bei ihr können wir jetzt noch Quests kriegen ganz viele Schmied Schneider Antarka und ihr habt schon die ihr habt schon die Berufe? ja ich bin jetzt dabei die sind aber schnell Renaissance der Elfen was zum Henker ist das? willkommen mutiger Krieger weil ich so weil ich so männlich aussehe total zum Paar hat den Windelfen nicht nur verbindliche sondern noch Feine beschert als Nachfahren der Götter BÄM möchten wir den Hass zwischen den Menschen und uns beilegen im Namen der Flügel die uns die Götter gaben wünsche ich euch und allen anderen unserer Art eine ruhmreiche Zeit ich höre mir gerne eure Geschichten an ich hab aber keine Zeit mehr dazu so jetzt tschüss warte auf mich Eka ich bin doch hier ich fühl mich hier so einsam keine Sorge noch tausend andere da Gedanken sind wir bei dir ganz doll lieb so wir können jetzt hier vorne was ist das? ach diese Dunkel-Dunkel-Silber-Dunkel-Gold-Fritzen hier Dunkel-Silber-Agental Dunkel-Silber-Kiste hui dass es die Dinger immer noch gibt ich hab ne Kiste öffnen kann man die schon öffnen? ja ne? ja toll, noch so ein Geistzauber hunderttausend Geistzauber ich hab diese Fantasiefruchttasche mit diesen Fantasiefrüchten drin naja du bist gemein was hab ich denn eigentlich verboten? ja, ich hab nen bösen Panther-Jungen uh oh stimmt, hab ich auch hab ich auch ok, aber nicht verwenden ne, wir müssen ein Tier-Dingsbums finden ein Tierwächter ach Tierwächter Tier, Tier, die sind hier Tierverwalterin Finde eine Tierverwalterin und bei der kannst du das Tierei ausbrüten das ist ein Panda-Junges Tierei ausbrüten? ausbrüten? ja und dann hast du das nämlich bei jeder Tiertasche ich bin aber keine Frau nein, sie brütet das ja für dich aus ach so ja und dann hast du bei den Tierchen da steht dann dein Panda-Junges oh what the fuck hä? dieses Viech, dieses Reitviech das haben wir aber übrigens noch bei unseren Tieren drin ehrlich? ja, pass auf ich kann das Vieh immer noch reiten ach du meine Kacke ok also wir haben die Viecher tatsächlich noch warte mal, wie ruft man das nochmal seinem Vieh? wenn du da auf dieses kleine Tier-Symbol gehst, kannst du den rufen ja, ja rufen voll krass ich meine ich habe jetzt dieses Panda-Junges das konnte ich jetzt nicht oh, der ist so cool weil der so dunkel ist aber du musst dran denken, dass der auch Futter und so braucht, ne? auch der? ja hier, perfekter Questmeister, bei dem kriegen wir doch so viel Scheiß Questmeister 1, klingt gut, gib her bei dem kriegt ihr immer quasi dafür, dass sie hier Spieler, die 20, 30, 50, 100, 150 und 200 Quests also keine wiederholbaren Quests abgeschlossen haben, erhalten von mir eine Belohnung und wir haben glaube ich schon 50 Quests haben wir? ja, weil die, die wir davor gemacht haben, die zählen auch mit oh cool das heißt, wir haben jetzt ganz viel Scheiß von dem bekommen Fantasiefrucht juhu Früchte, gib mir die Früchte Vitamine wie viele hast du denn? ich habe jetzt 3 von diesen grünen und 10 von den roten und ich habe einmal Schrift des Tiefsins, damit kriege ich 50.000 Erfahrungspunkte und 11.400 Nox Sollen wir die alle benutzen? das ist ein perfekter Questmeister ja, das ist der, wo ich gerade bin, da kriegst du für diese abgeschlossenen Quests, kriegst du Belohnung hey ok die Traumfeste liegt südwestlich von Rovalia, ihr solltet mit dem Vorseher dort sprechen, um zu sehen, ob der Hilfe braucht cool, ich bin jetzt what the fuck, ich bin Level 14 ja, was? 0? haha what the fuck scheiße, man ich bin so froh ich bin so froh, dass ihr jede Sekunde Fortschritte macht meditierende Hörern mit ihrer Suche nach der Wahrheit niemals auf und ihr solltet deshalb mangmang den Taoisten nochmal hier aufsuchen er kann euch bei euren Studien anweisen, alles klar ich bin Level 8 jo ok, ich wurde jetzt noch ein paar Früchte eigentlich hätten wir uns diese Rolle für viel, viel später aufbewahren sollen, oder? ja, hab ich gerade auch gedacht, das war eigentlich voll die Verschwendung jetzt, ich bin Stufe 15 übrigens aber das ist voll, ich weiß nicht erster Level sind wir nämlich noch so weit gekommen ich bin grad mal Level 10 gibt's nicht ja, du kriegst aber, wenn du bei dem Questmeister bist, kriegst du ja diese komische Schriftrolle da, Dingsbums so eine Rolle, so eine silberne, sieht aus wie so ein silbernes Stück Papier ihr seid jetzt in der Lage euch stärkeren Feinden zu stellen, sprecht mit Wache bei den schwingenden Klippen, wir haben 100.000 Quests ey er wird euch anleiten und euch sagen was zu tun ist, alles klar, jetzt müssen wir uns nur überlegen ach warte, kommst du kurz mit, dann können wir eine Elfe kriegen Sekunde ich bin auch noch schnell in der Lage gestiegen hier liegt einer rum so, Wächter der Erde so, ihr müsst ihm nur kurz zuhören, was der zu sagen hat und dann gibt er euch eine Elfe und ich habe eine blaue hui, ach ne, grün naja, so ein Schmetterlingsding halt wow, die sieht gut aus ja, ne warum riecht nicht wieder so eine Pinke so, ich bin auch aus Level 14 so, 15 ja, mit den Früchten kommst du ja direkt ganz weit ach, ich habe eine weiße wir könnten übrigens, ach so, hier vorne ist direkt ein Mangmang dieser Taoisten Freak ich hoffe das Tiefste geistige Bildung, stimmt holy und wir müssen jetzt dringend endlich seid ihr da, Krieger, die Götter haben uns was richtig angesehen habt ihr auch schon alle Früchte genutzt, oder? ne, alle noch nicht ich habe noch ein paar übrig aber du hast jetzt auch Level 15, siehst du? ja ja, eins mache ich noch okay, ähm, erstmal gucken wir mal, dass wir bei unseren unsere Fähigkeiten abholen, oder? jetzt habe ich, äh, ne Menge Quests ja, wir auch ja, wo denn, wo sind die nochmal? äh, warte, ich muss kurz überlegen boah, hier sind so viele Quests, man hier ist, äh, zumindest die Klerikerin hier ist die Klerikerin und das Röm ist die Bogenschütze ah ja, dann kann ich immer gucken Gugenschütze sieht aus wie die Älteste okay was kannst du? ja, dann kann ich direkt mal ein paar Sachen von mir holen boah, heftig okay, ich kann schon ne Menge Fähigkeiten genau das tun äh, ich habe nicht genug Geld ach ja, scheiße, stimmt ja oh man ach, wir haben jetzt zwar Erfahrungspunkte ohne Ende aber wir haben nicht genug Geld für alles, ne? richtig Brandpfeil den wir ich aber noch haben okay das reicht mir auch vorerst wo sind jetzt meine Fähigkeiten nochmal? äh, wo? boah, ich habe 75, äh, Dingspunkte, die ich verteilen kann äh, Skillpunkte ah, hier sind die Räume zumindest ein Segengereinen und Eisern ein Ohrreiber ich nehme einfach erstmal alle Quests an wo sind nochmal meine Fähigkeiten? du gehst auf die gefalteten Hände ja und dann auf die gekreuzten Schwerter ah, okay, ja, sehr schön was ist das denn da? Stahlspeer? the fuck, weg damit so sehr schön ähm ähm ach so, wir können jetzt übrigens dann beim uns beim Dunkelsilberagent direkt noch was abholen können wir ja, bei dem ist das nämlich so dass man, wenn man Level 5 15, 25 und Level 30 erreicht von ihm was bekommt und jetzt haben wir ja Level 15 erreicht das heißt direkt noch eine Kiste, yay erdwächteragentin, das ist äh keine Ahnung nochmal Früchte, yeah alter wir können einfach direkt so hoch aufsteigen das ist nicht mehr normal okay, wo gehen wir denn als nächstes hin? gute Frage Windelfeneinsiedlerin ist weit weg hier gibt es so viele Leute, die Quests geben und selber habe ich auch noch so viele Quests an meiner Liste getriegt Schmied, Händler, Apotheker und Dings Handwerker mal ab klappern warte, ich habe da noch nicht alles von der Ältesten da angenommen ja, ich auch nicht, aber man kann auch nicht alles annehmen jetzt oje oh man achso ja, Jungfernflug ist ja, dass du dieses Ding da innerhalb von 5 Minuten finden musst da oben wo oben? soll ich dir zeigen? den Baum? ja was finden musst? da ist so eine Kiste, die du dann finden musst wo haben wir die Feste? so viele Quests? ich weiß nicht, ich würde gerne erstmal die anderen Quests alle machen ja, dann machen wir die anderen Quests ich meine die, die wir jetzt haben, nicht die anderen von der Ältesten ja, dann machen wir die anderen Quests, habe ich gemeint äh, ich gehe jetzt mal zum Schmied ich folge dir einfach mal unauffällig jawohl was hast du denn von der Ältesten? war da auch so ein Riesentyp mit dicken Haaren und dicken Bart und keine Ahnung, ich weiß noch nicht, was der kann und macht und Vorbote des Herbstes, okay auch diese komische, diese komischen Viecher, die da irgendwo bei dem sitzen ich habe keine Ahnung, was die bringen ach du Scheiße was denn? ich finde die Quests, ey ja, das ist unglaublich ja, das ist unglaublich weißt du, sowas hätte ich damals gebrauchen können, als ich mein Let's Play angefangen habe richtig da habe ich so lange gebraucht, einfach um dann endlich mal bis Level, weiß ich nicht, 20 oder so zu kommen und jetzt innerhalb von nicht mal zwei Minuten na lo, was geht hier ab? so äh oh achso, ich sollte hier vielleicht eher genau das hier ich kann mir diese Quests bestimmt nur, äh, diese Folge bestimmt nur aus Quests annehmen aus Quests annehmen und Quests machen hier vorne ist direkt der nächste Buchhändler der Händler so hast du nicht von Schmied eine Rüstung bekommen? mhm ich warte aber erst, bis ich die komplett habe stimmt und wahrscheinlich bringt die uns auch jetzt schon gar nicht mehr so viel, weil die ist ja eigentlich für die Anfangslevel gedacht ja ach, noch mehr, ey da hinten ist die Schneiderin ja trotzdem lege ich die mal an da, weil das optisch bestimmt besser aussieht ja, natürlich ich habe auch diese andere Quest von ihr angenommen ja, mache ich auch gerade Schneider und und sagen wir da noch Buch des Schmelzens einfacher Schneider ups und da oben ist, äh, ne hä? was denn? Apothekerin, oder? zu der müssen wir auch, ja ja und Handwerkerin die beiden noch zum Apotheker 2 sehr tolle Namen ach so, wir haben dann übrigens jetzt die erste Folge auch schon wieder rum, ne? wollen wir noch Apothekerin und Dings annehmen? ja, machen wir jetzt, ne? dann haben wir das schön komplett mit neuer Rüstung melden wir uns ab genau ok, und Handwerker noch für was denn eigentlich diese, äh, Wächterzauber? die kannst du mit rechtsklick wenn du da rechtsklick drauf machst, kannst du die quasi oben in deine Slots schieben, da hast du quasi direkt, ohne dass du was tun musst, äh lädt sich quasi deinen Mana und deine, deine Gesundheit wieder auf wenn das unter 50% fällt ja, das ist ja mal interessant aber halt nur so viel wie die halt haben ich sag mir, ich hab jetzt einen mit 5400 und wenn der mir insgesamt 5400 an Gesundheit irgendwann dann mal zurückgegeben hat, dann ist der Zauber weg dann ist der halt aufgebraucht ich hatte da mit meinem ersten, äh, mit meinem ersten Kleriker hatte ich da mal einen ich glaub einen Wächterzauber mit Mana über 1.800.000 Mana den hab ich, äh, ich glaub ich spiel den jetzt 2, 2, knapp 3 Jahre und ich hab den immer noch nicht aufgebraucht ich bin glaub, ich glaub bei 1.200.000, das ist unglaublich, wie lange dieses Teil einfach hält und das mit einem Kleriker, der eigentlich nur mit Mana auf geht man hat doch rechts noch so eine Schriftrolle am Glühen, da hat man auch noch irgendetwas bekommen hier, oh Segel des Greifs Moment, warte, hä? hab ich rechts da wo unsere Questliste ist, da schräg links oben, so schräg so eine Leuchten ach nee ich hab da irgendetwas aktiviert gehabt, als wir das waren, dass wir das von diesen Typen da bekommen haben ja hm naja, wo bist du? ach, hier ähm, oh yeah hab mir die Aufnahme schon beendet? nein, hab ich noch nicht warte, ich wollte noch meine Rüstung anlegen, meine neue eben uh, nice, siehst gut aus oh, awesome siehst wirklich gut aus oh ja sehr schön nichts verboten ist mein Freund genau so, mit unseren neuen Rüstungen und netten Elfchen die um uns herum schwirren und mir ständig im Bild sind werde ich jetzt diese Folge dann mal beenden ich weiß nicht, ob wir jetzt noch direkt an der dranhängen sehen wir dann auf jeden Fall bedanke ich mich schon mal fürs Zuschauen und ja, würde sagen dann, bis zum nächsten Mal alles tschau 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 tschau